Hallo ihr Lieben, und da sind wir wieder bei der weiteren Folge von der Forschung, bei der Meistertente und selber aufnahm inzwischen in die Lebede, wir werden... Alles klar, alles klar. Da es ja so gut gelaufen ist mit der H2H-Runde, sind wir voll nur dran, weiter so zu fahren, zu verfahren, wie wir verfahren sind. Okay, das war best. Gut gesagt, ja, nein, das passt schon, passt schon, passt schon. Alles gut, wir starten jetzt die Runde. Okay, okay. Ich trinke weiterhin mein Geserf, ihr Lieben. Geserf? Zählt auch unter Getränketente. Kannst du das mal ein bisschen anders ausdrücken, also vielleicht Getränk oder irgendwas? Geil. Alter, Klappe da draußen, Hund. Ähm, Entschuldigung. Du bist ein Auto. Ach, schön. Also, ich weiß nicht, vielleicht könnten wir das Ganze wiederholen, wie von letzter Folge. Was haben die Achter eigentlich hier verloren und nicht im Zehnergefecht? Alter, krass. Frag mich das immer wieder. So viele Zerstörer, ich bin raus. Scheiße, wo fahre ich lang? Kein Flugzeugträger. Dafür aber ausgeglichene Zerstörer im Game. Wunderbar. Ja, und dann plötzlich ein Achterzerstörer noch mit reingeworfen, weil warum nicht? Hattest du nicht mal auch mal gesagt, dass du so einen Container gekriegt hast, wegen britischer Zerstörer? Achso, ja doch. Und, was ist mit dem? Das ist ein Fünfer. Du hast den schon? Also, ihr Lieben, der Lender hat schon einen britischen Zerstörer, weil er... Mehr sag ich nicht. Und, ähm... Ähm... Ich hab immer noch keinen Container gekriegt, weil irgendwie krieg ich keinen. Ich weiß nicht. Das ist doch Quatsch. Ja, gut, ich hab ein paar gekriegt, aber da war nicht so eine Aufgabe mit bei. So eine... Dette, helft mir! Ja, so eine persönliche Aufgabe mit dem Krieg, um den Zerstörer einzufangen. Mit P, persönlich. Aber hey, ich hab ja nur den... Ich hab ja nur den Fünfer bekommen. Das ist ja eigentlich das Niedrigste, was man kriegen kann. Vielleicht hast du ja Glück und kriegst direkt den Sieben. Na klar, ich gucke hier, was... Ab Stufe 5 muss man fahren, wa? Ab Stufe 5? Ja, ja, genau. Um Container zu kriegen. Genau, genau, genau. Ah, ja. Dann haben ja meine Leute mitgekriegt, dass ich auch in letzter Folge kein Container gekriegt habe. Okay. Was denn? Ah, gar nichts. Wär dann wieder heiser und so ein Scheiß. Was machen die Zerstörer denn da? Wieso kommen sie denn hierher? Weiß nicht, die sind doof. Dann fahr ich außen lang, oder wat? Kannst du machen? Aber da fahren die meisten auch lang, weil sie denken, oh, Inseln doch nicht. Zerstörer, ja. Entschuldigung, ich quiche nicht mehr. Naja, naja. Ich habe das Gefühl, ich krieg gleich auf die Fresse. Ah, schmute. Äh, wirst du denn sehen, Lende? Wirst du sehen? Wirst du miterleben? Habt ihr das Gefühl, hier gleich schießt ein Zerstörer ums Eck? Komm mal, da ist ja schon einer auch. Da ist noch einer. Den ich nicht treffe. Wieso kommst du mir nicht hinterhergefahren? Weil ich schießen will auf den Zerstörer. Aber ich treffe ihn nicht. Ich bin jetzt leicht überfordert. Ich treffe ihn nicht. Wenn ich ins Cap fahre, kommen die ganzen Zerstörer da rein, hier vor. Und das ist ein bisschen, hm? Das ist ja, also das ist ja gefährlich. Ja, das wäre es. Aber es würde auch schöne Verwirrung stiften. Ja. Ich glaube, der Zerstörer möchte hier dann? Ja, ich komme gerade auch da rein. Hier könnten wir ja schön wegrotzen. Wegrotzen? Nee, der dreht da seine Bahn. Oh. Will hier keiner rein? Warum nicht? Ich treffe. Ach, das schlachttürf nicht. Ach, ey, das ist ja wieder da. Und wieder zu. Ich glaube, ich brauche, äh, ja, er braucht Unterstützung. Ach, kann der nicht einmal irgendwie so fahren, dass... Oh. Jetzt treffe ich den aber. Wie er ist richtig. Ja. Schon sei raus. Oh, er ist echt raus. Auch noch deren Achter. Der traut sich auch nach vorne. Da ist noch einer. Weil ich ihn nicht treffe. Ein schöner Zerstörerkampf hier gerade. Ja, unbedingt. Ist klar. Wo ist er? Ich habe ihn getroffen. Ah, haha. Ich meine, aber treffe ich mal was, was zugeht. Was macht denn mein Schnuckniger Nebel? Ja, der ist noch ganz gut. Oh, Entschuldigung. Ich werde dich gar... Ahem, ahem, okay. Der sollte ich immer singen, wenn ich fahre. Das hebt die Stimmung. Ungemein. Ja, hey, was haben wir denn da? Ich habe schon, Baby. Danke, Baby. Ach, wieso? Sehr schön. Kacke, 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 was? Oh, da ist ein Schnacktür. Ja, auch. Ja, er läuft sich mit Zier, er läuft sich mit Zier. Ja, halten hier die Stände, du und torpetieren. Der Penner. Ha... Also, ich bin in der Aufnahme, verdammte Scheiße, Tente, Mann. Entschuldigung. Ich meinte das Schiff. Ich meinte nur das Schiff. Wieso bin ich... Wieso bin ich in der... Was, entdeckt? Ja, weil ich geschossen habe. Achso, ja, dann macht Sinn. Jetzt bin ich nicht mehr entdeckt. Jetzt bin ich entdeckt! Ja, stimmt ja. Ich hab ja elendig langsame Klappede aus.. Nein, nein, nein! Motorschaden habe ich keinen, nein, nein! Dette! 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 Ach so! Ach so! Meine herren, oder? Danke, Dette! Ich weiß nicht, was ist das? Aua! Jetzt war es zu überraschend. Du hast mal ein Torpedo gefahren. Was? Er ist raus? Der Zerstörer, ja? Wie auch immer, der das jetzt noch geschafft hat. Ah, die Insel wird mich hier gleich killen. Ich mach mal ein Torpedo. Ja, mach mal bitte. Ich bin raus. Das ist nicht dein... Ernst? Er fährt aber vielleicht noch rein, mit Glück. Nee. Deine? Ja, vielleicht, vielleicht, ja. Ja. Also, aber nicht in alle, aber halt... Vielleicht einer. Das ist deprimierend. Ja, einer. Ja. Und verschwinde da. Ja! 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 Verdammt! Wieso bin ich nicht aufgedeckt? Schützt mich der Nebel von hinten? Ja, natürlich. Was ist das? Geil, schnell Rappen! Ich will hier Rappen! So, und jetzt legen wir uns hier auf die Lauer. Reicht das schon? Oh, da ist ein Flieger am Starten. Oh, der ist da! Oh, hululululualu. Hiiiilii. oh je, das ist ungegut, oh, das ist ungegut, das war euer warte, warte, warte ey, das war scheiße warte mal, wie sieht es denn aus? also zurück zum Hafen, unter das Ganze wird jetzt getauscht ah, alles klar 7000 Schaden, ich mach ein Minus, ey, Minus ach, du wärst ein Zerstörer, du hast 7.000 Schaden gemacht? Dein Zerstörer hat den gemacht, das reicht. Oh, dann... Minus. Nee. Wie spät haben wir's? Ja, okay. Okay. So... Einmal das. Einmal das. Einmal kosten. Einmal... Das. Einmal... Ja. Hm... Was haben wir hier? Reicht. Äh... Sch... Doch, klar. Bänder anscheinend nicht, also... Ja, doch, 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 doch. So. Na dann, los. Es war... Scheiße. Ach, Wude. Hm? Es war einfach nur... Scheiße. Nee. Nee, nee, nee. Doch, doch, doch. Doch. A, P. H, E. Alter, guck dir das an. Ach, das ist doch mal schön. Was ist schön? Lass mich doch mal einfach irgendwas sagen. Äh, muss aber auch Sinn ergeben. Titte. Ach, das ist fantastisch. Ach, was weiß ich. Die Bojoni kommt ums Eck gefahren. Und brennt sie alle an. H, 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 h. Krass. Was den? Ah... Weniger Zucker, ihr lieben, weniger Zucker! Dann ist man weniger bedroht. Was ist denn meine Reichweite? Sag ich mal rosa, darf ich dich raus, Tobi? Nee, komm, wir müssen jetzt hier voll ernst die Runde machen. Ach ja, stimmt, ja. Okay, voll krass ernst. Dente, wie fährst du denn? Ja, ähm, hä? Ja, ich fahr ins Cap. Ich fahr ins Cap? Ey, was? Ich hab Ernst gesagt. Ach so, ja. Wie gesagt, das kann ich. Das hält nicht lange bei mir. Das hält nicht lange bei mir. Okay. Ja, dann lassen wir das mit dir ernst. Dann geben wir das jetzt auf in. Was, du gibst denn auf? Alter, Dente, wieso war der denn den Scheiß hier, wenn du aufgibst? Du hast gesagt, wie gehen wir das jetzt auf? Ich weiß nicht, was ich gerade antworten soll. Du bist überfordert? Ein wenig. Krass, denn ich bin entdeckt. Flieger! Ach ja, wen haben wir denn da? Oh mein Gott. Will der auch mal selber zurückschießen? Ich glaube nicht. Es ist okay. Er kommt mit der, äh, zu, äh, sehr hier rum. Äh? Der Nebel macht auch nicht hier rum. Da bewegt sich ein starker Sturm. Nein, nicht so was mit Sturm und so ein Rotz. Oh je. Aber komm nicht, bloß nicht hier mit ins Cap, wir kommen viel zu viele. Komm bloß nicht mit ins Cap, aber wo soll ich denn hin? Verstecken. Was? Ich geh in, in den Nebel. Genau, das wär doch nie gut. Wenn jetzt keine Tapetes da kommen. Oh, scheiße. Der ist ja noch am Zerstörer. Wir haben ja viel zu viele. Viel zu viele. Wir sind allein. Hey, ich hab ihn getroffen. Schau mal, der ist gleich raus. Ja! Nein! Mach ihn raus. Mach ihn raus. Mach ihn raus. Alter, wenn ich mal treffe würde auf Sex... Ja, tue ich nämlich auch nicht. Und die Fahrergut ballert mich hier ab. Jetzt aber. Du es, sehr schön. Raus. Sie ist geinselt. Au. Ich war in die ganzen Nacht... Alter! Frontal! Kriege ich, glaube ich, ne Zyta. Ach, das ist schön, ne? Ja, toll. Ich hab jetzt meine Schuss gewechselt. Und schieß jetzt auf den. Dankeschön! Danke! Ja! Was? Er hat mich genebelt! Ich bin gleich raus. Wenigstens einer, der nettig ist hier. Ich hab doch wohl ne Augen! Ja, vorne! Warzeugen vorne! Ich hab eigentlich gar nicht erst gedacht, dass du mir da vorne kommst. Ja doch! Ich bin raus. Was? Wir waren hier auf A ganz alleine und die Gegner sind schon wieder 80,000 Stück lang. Rückwärts, ich drücke meinen Hintern nach hinten! Scheiße! Ah, der dreht jetzt rein hier. So, ihr Lieben. Wir wissen, wie das ausgeht. Ich bin gleich raus. Ja. Ist ja auch schon wieder... Was denn? Ja, wir sind irgendwie wieder ganz allein gewesen. Ja. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren! Ja, 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 ja! Nein! Ja! Hast du denn wieder so gut getroffen? Ja! Wie spät ist... Jaaa, mein Gott, kommt schon. Knappe 18 Minuten hier. Das läuft total. Denn, war das mal ein Sieg. Gleich mal reinlösen. Will ich das überhaupt sehen? Definitivate. Yeah, ich hab Minus gemacht. Danke fürs Zusehen, ihr Lieben. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss. Ciao.